Moin zusammen, willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Chain of Responsibility Pattern. Das heißt sowas wie Kette der Verantwortung für die Leute, die mit Englisch nicht ganz so fit sind. Und es geht darum, dass wir von einem Client, das heißt von irgendwo außerhalb, in unserem Modul rein einen Aufruf bekommen, den wir verarbeiten müssen. In dem Fall einfach kurz abgekürzt mit Handle. Das kann alles mögliche sein. Und das Interface ist natürlich nicht auf 1 beschränkt oder so. Und ja, jetzt haben wir folgendes Ziel. Wir wollen diesen Aufruf in der ersten Klasse, die das Interface verarbeitet, die aber vom Client angesprochen werden kann, wollen wir den Aufruf nicht gleich direkt komplett verarbeiten, sondern wir wollen vielleicht einfach nur für uns das abgreifen, was wir brauchen und unseren eigenen Senf dazugeben und anschließend diesen Handle-Aufruf weitergeben. Deswegen hier auch dieses SUG für Successor, das heißt der Nachfolger. Das heißt, es gibt immer einen nächsten Handler. Und das ist so ein bisschen die Pipeline. Also man kennt es vielleicht auch, habe ich auch schon, glaube ich, vorgestellt. Ähnlich wie das Pipeline-Pattern, wir haben einfach hier einen Client, der was aufruft. Und hier wird irgendwas, also er ruft natürlich auf einem konkreten Objekt was auf. Das heißt, nicht auf dem Händler an sich, sondern auf Klasse 1 ruft er hier was auf. Und dann sagt er hier, okay, also Klasse 1, das Objekt davon sagt, ich möchte jetzt hier meine Daten verarbeiten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder mal an ein Computerspiel denken oder für mich aus Game Engine, beziehungsweise auch Photoshop oder Gimp oder dergleichen, machen das so. Und zwar, erstmal haben wir die hinterste Ebene. Das heißt, wir haben hier die Ebenen, also die Ebenen der Darstellung sozusagen, auch eigentlich hier mein Programm, also mein LibreOffice Impress heißt das Ding. Die haben alle Ebenen, das heißt, man hat erstmal ganz hinten hat man einen Hintergrund. Und in dem Fall würde der Client den Hintergrund aufrufen und würde sagen, zeichne dich. Und der Client würde sagen, okay, ich zeichne mich, hier ist das fertige Bild und ich gebe den Aufruf weiter, dass es gezeichnet werden muss an die nächsthöhere Ebene. So, die nächsthöhere Ebene bekommt dann auch den Aufruf zeichnen und bekommt den Hintergrund mitgeliefert. Das heißt, wir haben hier in meinem Fall einen mehr oder weniger weißen Hintergrund und die nächste Ebene. Das wären jetzt hier oben, wenn wir jetzt hier gucken, dieser dunkle Fleck und hier unten dieser dunkle Fleck. So, das heißt, die nächste Klasse ist sozusagen die Ebene drüber und die zeichnet dann auch ihren Senf dazu. Das heißt, diese dunklen Flecken. Überschreibt damit aber offensichtlich einige weiße Flächen. So, und jetzt haben wir wieder das fertige Bild und geben das weiter an die Klasse 3. Und die wiederum zeichnet die Ebene oben drüber. Das heißt, in unserem Fall von mir aus den Inhalt hier. Das heißt, diese ganzen schwarzen Linien, aber noch nicht die Schrift. So, und das geht dann wiederum weiter. Das heißt, wir haben ein Bild, das mehrfach schon überschrieben wurde an manchen Stellen, aber an manchen Stellen kommt ja immer noch der Hintergrund raus. Hier zum Beispiel, da oben kommt der Hintergrund raus. So, und dann geht es weiter und an die nächste Ebene. Und da kommt dann jetzt die Schrift dazu. Und ja, im Endeffekt ist es das dann auch schon. Dann hat es keinen weiteren Nachfolger mehr. Und das heißt, wir sind fertig und haben ein fertiges Bild. Und das ist das Bild, was ihr jetzt hier gerade seht. Das war jetzt gerade so ein bisschen die Meta-Ebene, wie ganze Ebenen arbeiten. Aber das ist auch wirklich über so ein Chain of Responsibility Pattern wahrscheinlich, zumindest ich kenne natürlich den Source Code nicht, aber höchstwahrscheinlich über ein Chain of Responsibility Pattern gelöst worden. Das heißt, es wird von unten nach oben gezeichnet und es wird immer wieder ein bisschen was überschrieben. Und dafür ist das ganze Ding im Endeffekt da. Wir haben eine Kette, aber es wird auch immer wieder ein bisschen was ersetzt. Es ist sehr, sehr ähnlich wie das Pipeline Pattern, das wir im Architekturfall schon hatten. Nur, dass es jetzt hier halt wirklich auf ein paar Klassen reduziert ist. Und ja, man muss natürlich hier nicht auch immer diese... Also man kann natürlich mehrere Instanzen derselben Klasse haben. Man muss aber nicht. Man kann natürlich so viele Unterklassen von Händler erstellen, wie man möchte. Okay, und das war es eigentlich auch schon wieder zum Chain of Responsibility Pattern. Und ja, das war es auch von meiner Seite für dieses Video. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.